Da ist etwas Achio Lass das mal Hey Kleinscher Knopp ist Lass das mal dahintun Und das dahintun Wie viel ich dir vier machen Können wir noch was machen Was ist das? Da klappern die Knochen Achio Kepulver Hast du das gehört? Es ist ein Grab Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich Achio Oh, hier kommt ja die ganze Knochen Die Gavion Lidiosa Was ist mit dem Reden? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs Hier steht etwas über das Relikt Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen Natürlich Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle Es kann also keine Sackgasse sein Ich habe ihn hier Falls du ihn dir ansehen willst Teilen wir uns auf Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden Und ich gucke, ob wir was übersehen haben Behalte den Tagebucheintrag Vielleicht hilft er uns noch Hier steht noch was Anscheinend war die nächste Herausforderung Den Imperiusfluch zu lernen Wirklich? Interessant Konzentrieren wir uns darauf Erst mal hier rauszukommen Aber Lass mich kurz nachdenken Mich interessiert, was diese Person noch entdeckt hat Nur zu Leider steht kein Name drauf Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war Um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken Dann sollten wir ihn uns ansehen Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen Und einem Händchen für Zauberkunst Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen Oder der Schüler hat sie fallen lassen Ja Natürlich Ich suche nach den Barrikaden Perfekt Schülerbewusstsein Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus Wir sollten jeden Stein umdrehen Oder besser Jeden Knochen Wenn dieser Torbogen verbarrikadiert wurde, finden wir einen Weg hindurch Hier 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 Was ist das denn? Oh, okay. Es hat geklappt ich wusste das klappt hatte so ein gefühl in den knochen Warte mal mir fällt gerade noch etwas ein das tagebuch erwähnt den imperius fluch würde mich nicht wundern wenn wir ihn hier brauchen würden er gilt als unverzeihlich ist aber nützlich wenn man in der unterzahl ist damit bringt man das ziel komplett unter seiner kontrolle also wenn du imperio lernen willst bringe ich ihn dir bei warum kennt er die ganzen sachen wo hast du den imperius fluch gelernt habe ich mir selbst beigebracht sag auch man es nicht das ist nichts womit man prallen kann aber er könnte nützlich sein ich finde du solltest ihn lernen sollte ich nicht erst wissen was der fluch für folgen hat du kennst den explosions zauber so ähnlich allerdings muss bei unverzeihlichen flüchen die absicht klar erkennbar sein man muss es wirklich wollen der fluch könnte noch nützlich werden ganz meine meinung ein zauber der leben retten kann sollte nicht unverzeihlich sein es steht viel auf dem spiel du hast eine fähigkeit die seit jahrhunderten niemand gesehen hat fokussiere deine zauber starbewegungen der zauber ist komplex eine 4 dann mal los das klingt nach ärger warte mal ich muss die esel mal hier rein fügen ne ich muss sagen ich muss auch eine rei warte mal D D D D ne du 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 hier rein Naviosa und hier rein Rebellion Achio Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast wird das ein Klacks Achio Das ist zu nett von dir Selbstredend Ich bin jetzt da Das ist irgendeine Rebellion Sieht anders aus als die zuvor Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun Das hat geklappt Weiter so In welchem Universum hat es geklappt? Ich bin ja dem Leviosa Ich bin ja dem Leviosa Legarium Leviosa Achio Ich bin ja der noch 1000 Ich bin ja der noch 1000 Achio Ich bin ja der noch 1000 Achio Achio Aber anders geht er von mir jetzt rück. Das Kreis, das hier. Das Kreis, das Kreis, das Kreis, das Kreis, das Kreis. Das war ja echt eine Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Ja, wo geht es denn hier dann? Nice, nice. Descendo! Konfingo! Incendio! Ich wusste nicht, dass ich so eine Sauerei machen. Bisschen dramatisch, oder? Das ist nicht okay. Ah, ich bin voll. Voll, voll, voll. Ins Händen. Achio. Ins Händen ist voll, okay. Das ist ein Secret. Und diese Katakombe ist verfallen, genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Pock. Secret im Secret. Jetzt gehen wir mal hier. Aber hier ist nichts Besonderes. Ah, okay, doch. Ah, okay, doch. Alles klar. Dann geht's hier zurück. Ich de Tor. Was hiermit? Gefäßung! Okay. Mir wird klar, was Slytherin's Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Kingdor! Intendio! Previoso! Kingdor! Imbilio! Incentivo! Infeldio! Infilio! Portsetto! Incentivo! Kingdor! Kingdor! Bingo! 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 Incentive! Bingo! Bingo! Incentive! Bingo! Ein Moment, wie lange dachte ich, das hört nie auf. Incentive! Ja! Sackgasse! Na toll! Achir! Warte mal! Gib noch nicht auf. Der ist voll das Resen. So, jetzt aber. und geahnt potenzial sein möglichkeit könnte nicht nur der zauberei von nutzen sein und die ganzen menschen aber das dunkle opfer das nötig wäre um seine funktion zu enttäuschen ist kein kleines wird was er liegt nicht entfernt bis wir mehr wissen das relikt sie nur ist das möglich der eintrag und die darstellung des relikts es passt unglaublich endlich passt es zusammen wir haben es gefunden was glaubst du bedeutet es mit dem dunklen opfer das potenzial des relikts zu enthüllen keine ahnung aber wir sind wegen des relikts hier auch keine ahnung mach doch was egal was im tagebuch eintrag steht wir nehmen uns das relikt in ordnung so soll es sein für ein ich nehme es bringen wir es noch fällt kraft ich muss das relikt geheim halten vor allem von meinem onkel jetzt ist das ominous ominous die geräusche die wir hörten das was du ich hatte keine wahl ich musste euch folgen sebastian bitte dass das relikt in ruhe sie können er sich auch anders helfen es tut mir leid aber ich nehme es das machst du nicht wenn du es nicht zurücklegt mache ich es hört auf alle beide bitte sebastian jetzt beruhige dich gut aber ominous weiß dass ich vor keinem kampf zur rück schrecke wie viel hast du mit angehört alles ich habe gehört dass das sebastian ermutigt hast das relikt zu nehmen sebastian hat an alles gedacht er weiß was er tut sebastian lässt die dinge einfach klingen auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich wir müssen ihn aufhalten und wenn nichts seine meinung ändern wird es muss etwas geben ich brauche deine hilfe du hast recht das scheint alles viel riskanter zu sein als sebastian denkt gut wir sind uns einig wir lassen nicht zu dass er das relikt mitnimmt ich glaube wir sollten mit ihm reden aber ich befürchte es hält ihn nicht davon ab das relikt zu nehmen was schlägst du vor ich schlage vor wir verhandeln wir lassen sebastian das relikt unter einer bedingung mitnehmen danach ist schluss ich dachte darauf hätten wir uns im skriptorium geeinigt du verkaufst mich doch für dumm tue ich nicht ominous es könnte das einzige sein dass eure freundschaft retten kann vertrauen wir darauf dass er weiß was das beste ist na gut wenn ich ihm vertraue vertraue ich auch dir die dunklen künste wirken ungefährlich bis es zu spät ist dann geht nehmt euer relikt mehr sage ich dazu nicht ich hoffe ich bereue das nicht sebastian wir sind so weit was ich habe meine meinung nicht geändert ominous schon gehen wir was ominous ich erkläre es unterwegs ich habe ihm gesagt wir sollten dir diese chance geben dass das relikt so wichtig ist da muss doch mehr dahinter stecken sag es mir wir haben uns geeinigt sebastian du hast mein wort geht es auch hier wirklich raus ich bin gerade unsicher ich wollte das geheim halten er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht dass er sich widersorgt verkauft ja ich habe das mal ich mache jetzt auch einen cut bin zu müde als wir gegangen sind wollte ominous mich nicht mal ansehen und das war seltsam er war aufgewühlt sebastian wir haben uns zwar geeinigt aber das ganze war nicht leicht für ihn feldkopf ist doch da wo ich ich dachte er versteht es er wusste wir können nicht aufgeben es ist viel zu wichtig für ann oh äh muss das so so geheimt da alles wenn wir nach feldkopf kommen sollte er nicht erfahren was wir für dieses relikt tun mussten sie denkt wie ominous es würde sie nur betrüben ja da freut doch alles hä das ist ja nicht normal oder oh nein das ist nicht gut ja was ist los komm da drüben beim dort wird angegriffen ärger in feldkraft es wird angegriffen Ärger in feldkraft vereinen wir uns fern sie einfach aus deine Zauber fallen an mir ab deine Zauber fallen an mir ab ich werde ich werde ich werde ich werde ich werde Ich bin sicher. Ach, Gegner. Onkel. Ja, verdammt. Helios. Kurzi. Vorsichtig. Ach so. Incentrum. Imperium. Indem. Ich werde dich! Es gibt kein Ausbild! Es gibt kein Ausbild. Das ist der Lest. Das ist der Lest. Oh nein. Das war eigentlich nicht so gut. Die Schwarze Magie vor dem Pfad einzusetzen. Junge! Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet. Mit deinem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Es war nicht viel Zeit zum Handeln. Aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt. Mehr nicht. Ich bringe meinen Onkel zur Einsicht. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen. Mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut. Vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Wie locker er auch bleibt. Also ich wäre ein bisschen anders reagiert. Na ja. Dazu. Wo ist er denn? Ach der ist ja ganz hinten. So. Ich selber habe keine schwarze Magie eingesetzt. Er sehe ich nur. Aber hi. Verzeihung Mr. Sello. Was Sebastian getan hat ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Ja. Ich habe da auch sowas eingesetzt. Ich habe da auch sowas eingesetzt. Kann ich machen jetzt einen Fall finden da. Sebastian mag leichtsinnig gewesen sein. Aber er wollte unbedingt Anne retten. Aus Instinkt? Mit einem unverzeihlichen Fluch? Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst verrät mir alles was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun entfernen bleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet. Falls einer von euch schwarze Magie anwendet. Informiere ich sofort den Schulleiter. Warum Sebastian? Ah Feuerwerk. Pisser. Der magisch irgendwie nicht so. Klar der hat im Weg recht aber. Vielleicht mit Sebastian in der Krypto. Der ist einfach mal 200 Kilometer entfernt. Der ist aber schnell gewesen. Dann lass uns noch mit dem reden. Dann machen wir einen Cut. Ich finde die Storyline irgendwie interessanter. Mit den verbotenen Sprüchen. Weil ich das die anderen. Die ich dann noch hab. Ich finde die Aufgabe mit dem äh. Drachen finde ich auch. Gut noch. Der ist einfach nur. Magst du Schmerzen? Vor allem den hält man erst 2-3 Kilometer weiter weg. Ja. Ich finde das heute gehört. Wo geht ihr denn mal rum? Hallo? Wo geht ihr denn runter? Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Wird eh so jetzt die nächste Auftrag gemacht, aber nicht in dieser Folge. Ja, ich glaube, da wir einmal hier sind, machen wir wahrscheinlich die hier. Ja, Sagerraum. Das machen wir mal als nächstes. Ich würde sagen, ich harpschriebe mich hier schon mal mit. Und wir sehen es dann beim nächsten Mal. Zwei verbotene Sprüche haben wir gelernt. Und eine Reihe von Nebenquests. In der nächsten Folge geht es weiter mit den Nebenquests. Und dann geht es hier weiter mit der Auquest. Und bis zum Finale vielleicht auch weiter. Bis dahin. Ciao.